was ist microsoft teams dieser frage möchten wir jetzt einmal kurz nachgehen und ich hoffe dass ich mit diesem kleinen kurzvortrag ein wenig licht ins dunkel bringen kann ich habe mal ein schön slogan gelesen in dem stand der modern workplace ist kein privileg sondern eine selbstverständlichkeit damals war ich noch nicht so der meinung aber mittlerweile mit dem ganzen wandel den wir zurzeit vor uns haben mit verschiedenen kritischen situationen ist das eigentlich ein slogan der sehr schön passt denn wer den digitalen wandel verschläft wird nicht nur unattraktiv als arbeitgeber sondern wird es immer schwieriger haben sich in der aktuellen zeit zurechtzufinden und natürlich auch gute und fähige mitarbeiter bild zu binden doch zurück zum thema microsoft teams ist nicht nur ein einfaches programm sondern im grunde ist es sehr viel mehr und zwar ist microsoft teams eine plattform auf dieser plattform werden uns verschiedene möglichkeiten standardmäßig schon zur verfügung gestellt und wir haben auch sehr viele möglichkeiten zusätzlich etwas einzubinden so dass wir auf dieser plattform teams auf alles zugreifen was uns wichtig ist unsere daten bereitstellen und auch gemeinsam in dieser oberfläche in dieser plattform arbeiten können dafür steht uns eine erdrückende menge an tools zur verfügung die wir einbinden können oder die teilweise schon eingebunden sind diese übersicht wird einige erschrecken aber wenn ihr euch das mal ganz genau anguckt sind das auch dinge die wir schon kennen und zwar der mailbereich jeder von uns hat schon mal eine e mail verschickt die meisten werden auch schon mit outlook gearbeitet haben und zb outlook und der kalender sind dinge die entweder schon von vornherein mit integriert sind oder ihr könnt durch eine simple e mail adresse auch e mails direkt in euer teams abbilden auch haben wir das adressbuch was ihr schon aus outlook kennt in teams mit inkludiert von daher haben wir diesen blog mails kalender und adressbuch schon standardmäßig in teams mit drin der sharepoint und das one drive sind ablage orte zu dem wir gleich auch noch mal kommen werden und dort spiegelt sich die daten ablage von uns ab skype ist ein bereich der durch teams komplett ersetzt wird und skype wird es zukünftig nicht mehr geben die einzelnen programme word excel powerpoint one note das was euch das office paket mit liefert ist in teams ebenfalls integriert beziehungsweise ihr könnt auch in teams eure dokumente öffnen ihr müsst teams dafür nicht verlassen um das machen zu können auch da haben wir wieder synergien und schnittstellen und müssen nicht zwischen drei vier fünf verschiedenen programm rum springen sondern haben das alles in teams dann haben wir natürlich auch noch die möglichkeit verschiedene programme mit zu inkludieren da haben wir power bi berichte die wir mit einbinden können in unser teams wir können mit flow arbeitsabläufe automatisieren der microsoft streaming dienst ist schon mit dabei das heißt wenn wir irgendwo eine aufzeichnung durchführen oder eine wichtige besprechung haben wird das automatisch hochgeladen aufgearbeitet und uns zur verfügung gestellt und wir können mit einem mausklick dieses video teilen und der allgemeinheit zur verfügung stellen auch ist es möglich wenn ihr den planner nutzt um projekte oder aufgaben zu strukturieren und abzuarbeiten dort können wir zum beispiel auch unsere projekte die wir in project erstellt haben über eine schnittstelle abbilden und einlesen lassen also wie ihr merkt ist das eigentlich nicht ganz so kompliziert auf den ersten blick sieht es viel und umfangreich aus aber vieles davon kennen wir schon oder es wird uns in teams sehr vereinfacht doch kommen wir erstmal zu den positiven aspekten die uns der modern workplace und dort natürlich auch die plattform teams bietet durch diese plattform soll die produktivität natürlich gesteigert werden dadurch dass wir die plattform nicht mehr verlassen müssen sparen wir einerseits zeit und auch viel ärger weil wir auch nicht viel rumsuchen müssen es funktioniert sehr intuitiv und wie ich finde auch sehr einfach in der handhabung wenn man sich natürlich mit dem thema beschäftigt gleichzeitig haben wir zu der effizienz unserer arbeitsweise auch eine zufriedenheit wenn ich schneller einfacher übersichtlicher arbeiten kann bin ich persönlich zufrieden und glücklich weil ich meine wertvolle lebenszeit nicht mit suchen und rumärgern verbringen muss auch bin ich als arbeitgeber attraktiver wenn ich solche möglichkeiten anbiete wenn ich nicht alles über irgendwelche excel tabellen laufen lasse wenn ich nicht in der wie wir es immer sagen steinzeit it festhänge wenn ich modern bin 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 ich attraktiver als arbeitgeber und natürlich auch attraktiver für arbeitnehmer möchte ich eher in einem veralteten arbeitsmodell arbeiten oder in einem neuen dynamischen modernen wo smart gearbeitet wird wo ich meine arbeitszeit flexibel einteilen kann wo ich individuell bin wo ich von jedem gerät weltweit aus arbeiten kann ich muss nicht immer in der zentrale sitzen ich kann von zu hause aus arbeiten ich kann auch in der südsee in der hängematte liegen und mit einem laptop arbeiten das alles bietet uns im endeffekt der modern workplace und microsoft teams natürlich gibt es aber auch negative punkte da haben wir natürlich als erstes den punkt datendiebstahl wenn ich mein system nicht richtig absichere wenn ich meine mitarbeiter nicht schule können daten nach außen gelangen an dritte weitergegeben werden die diese daten nicht sehen sollen oder sogar dürfen da bietet uns teams und der sharepoint aber auch möglichkeiten das risiko zu minimieren ganz abstellen lässt sich das leider nie aber wir können es auf ein minimum runterfahren gleichzeitig haben wir auch mehr freiheiten mehr möglichkeiten das ist gleichbleibend mit mehr fehlerpotenzial je mehr ich an möglichkeiten habe desto höher ist auch die möglichkeit fehler zu machen wenn ich nicht vernünftig an die sachen herangeführt werde wenn ich nicht vernünftig geschult werde ist das potenzial hoch wenn ich meine mitarbeiter jedoch schule vorbereite in diesen wandel mit einbezieher dann wird dieses fehlerpotenzial minimiert außerdem haben wir natürlich auch eine schnelllebige it ich muss mich immer auf dem aktuellen stand halten wenn ich mehr möglichkeiten habe wenn die anforderungen steigen muss ich natürlich auch mehr in meine mitarbeiter investieren in meine infrastruktur in meine arbeitsgeräte das alles ist natürlich mit einem erhöhten aufwand verbunden für jeden einzelnen finanziell zeitlich und personell doch dafür gibt es natürlich immer eine lösung und eine möglichkeit dem vorzubeugen wenn wir es zulassen und wenn wir offen für diese dinge sind um diesen wandel umsetzen zu können braucht es natürlich auch regeln oder eine richtlinie für die arbeitsweise für die kommunikation diese lässt sich natürlich vielfältig aufarbeiten und aufsetzen wir können regeln für unser unternehmen aufsetzen regeln für einzelne bereiche fachbereiche für kleine teams arbeitsgruppen da seid ihr natürlich freigestellt wir müssen aber auch regeln für externe aufstellen wenn ich jemanden in meinen mit in mein unternehmen rein hole der nicht direkt bei mir angestellt ist auch der muss sich an regeln halten und jeder mitarbeiter sollte wissen wie ich damit umzugehen habe damit kein datendiebstahl oder datenmissbrauch entsteht dadurch dass ich auf vielen geräten arbeiten kann brauche ich natürlich auch regeln dafür wie das ganze abläuft wenn ich probleme habe an wen wende ich mich was darf ich was darf ich nicht wenn das vernünftig aufgestellt ist gibt es weniger probleme deutlich weniger als wenn ich sage hier hast du die technik sie zu was du damit machst denn viele wollen es nicht aber eigentlich ist es normal dass wir uns verändern müssen unsere arbeitsweise unsere denkweise unsere persönliche einstellung denn so wie die jahreszeiten kommen und gehen ist es auch mit veränderung ich weiß viele mögen keine veränderung sie haben angst sie machen sich sorgen sie wollen ihre schwächen nicht realisieren oder vielfach auch sie möchten nicht dass andere ihre schwächen sehen aber auch dafür gibt es möglichkeiten und da ist natürlich auch wieder die offene und ehrliche kommunikation das schulen der mitarbeiter ich muss in meine mitarbeiter investieren damit sie diesen wandel und diese veränderungen mitgehen ich muss in die ängste nehmen wenn ich personen habe die it affin sind oder auch personen die nicht it affin sind muss ich versuchen diese irgendwie auf ein gleiches level zu bringen ob sich diese personen und gegenseitig schulen oder wir externe person dazu holen das ist natürlich dann die große frage das ist auch von unternehmen zu unternehmen anders aber im grunde genommen sind veränderungen notwendig veränderungen sind auch gut und bringen uns weiter und voran und wenn wir uns den veränderungen nicht stellen und die immer vor uns her schieben dann werden wir den anschluss verlieren und das in jeder lebenslage doch kommen wir nun zum eigentlichen thema microsoft teams microsoft teams bietet uns eine vielzahl an möglichkeiten in verschiedenen bereichen wir haben die möglichkeit mit unserem gegenüber zu chatten entweder direkt im eins zu eins chat oder wir können eine ganze gruppe aufbauen oder wir können auch in einem kompletten team in einem sehr großen raum chatten wir haben die möglichkeit besprechung durchzuführen über den audio call über eine videokonferenz über ein live ereignis da haben wir eine große vielzahl an möglichkeiten um zu kommunizieren um uns auszutauschen und um uns selber und unser team voranzubringen auf dass wir unser arbeitsziel arbeitspensum projekt ziel erfolgreich erreichen wir haben die möglichkeit in der plattform an sich daten zu tauschen das ganze funktioniert über verschiedene kanäle wir haben zum einen natürlich unser microsoft teams wir haben aber auch ein one drive und ein sharepoint wo daten abgelegt sind jeder bereich davon hat seine daseinsberechtigung hat natürlich auch seinen sinn und seinen zweck und ist für verschiedene bereiche notwendig und erforderlich wir haben aber auch das große problem der datensicherung des datenschutzes und der compliance wir müssen auch hier wieder regeln aufstellen damit meine firmen geheimnisse meine firmen daten nicht nach außen gelangen diese muss jeder mitarbeiter kennen wir müssen aber auch sicherheits regeln einbauen wir müssen sicherheitsberichte erstellen aber auch da haben wir ein geschlossenes system was uns dabei hilft unterstützt wir haben sogar die möglichkeit dateien zu kategorisieren wenn ich eine datei hochlade und dort gewisse daten enthalten sind die als kritisch oder auch als personenbezogen eingestufen eingestuft sind kann ich diese mit einem label versehen und wenn einer versucht da etwas dran zu ändern und verfügt nicht über die entsprechende berechtigung wird er visuell informiert gleichzeitig habe ich auch die möglichkeit wenn einer versucht davon ein screenshot zu machen dass dieser screenshot geschwärzt ist also auch da haben wir wieder möglichkeiten aber das ist eher im bereich des datenschutzbeauftragten und der it abteilung wir haben die möglichkeit apps einzubinden und arbeitsabläufe zu vereinfachen viele apps werden uns von haus aus mitgeliefert viele apps können wir noch zusätzlich hinzuladen und mit apps sind programme gemeint wie excel word powerpoint forms um entsprechend auch umfragen und quizze zu erstellen ich habe einen hilfebereich der mich auf einen gewissen stand bringt ich habe ein kleines wiki was ich nutzen könnte ich kann one note einbinden die vielzahl ist sehr sehr hoch und im app store gibt es aktuell mehr als 400 apps die man theoretisch nutzen kann diese werden aber von der it runter gefahren und teilweise geblockt weil die möglichkeiten einfach viel zu groß sind auch der schichtplan ist eine möglichkeit sein arbeitsablauf seine arbeitspläne urlaubspläne und teilweise sogar die personalabrechnung überlaufen zu lassen mit teams werden wir also in vielen bereichen moderner schicker übersichtlicher und auf knopfdruck können wir sachen teilen das ist das sogenannte kunden kollaborative arbeiten das gemeinsame arbeiten an inhalten an prozessen an projekten an aufgaben wir werden mehr und mehr in diesen team gedanken mit einbezogen wir arbeiten nicht mehr alleine sondern wir haben kollegen mitarbeiter mit denen wir gemeinsam an einem ziel arbeiten wir helfen uns untereinander wir unterstützen untereinander wir teilen uns die arbeit wird wenn einer wegbricht kann der andere nahtlos diese arbeiten übernehmen übernehmen aufnehmen weiterführen das alles ist sinn und zweck von microsoft teams und bevor wir jetzt vollends in das thema einsteigen können zu guter letzt nochmal wie versprochen die übersicht wir haben ein microsoft teams wir haben ein sharepoint und wir haben ein onedrive kurz und knapp kann man sagen onedrive ist für mich teams ist für uns und der sharepoint ist für alle je nachdem was ich für daten habe kann ich sie auf diesen drei bereichen ablegen wenn ich daten in teams ablege sind sie natürlich in teams verfügbar aber reell werden sie auf dem sharepoint abgelegt das sind zusatz infos die sehr interessant sind die auch wichtig sind aber für euer doing nicht lebensbedrohlich aber es ist natürlich immer besser mehr zu wissen als zu wenig wenn ihr euer onedrive nutzt solltet ihr dort bitte nur persönliche daten ablegen und persönlich heißt nicht privat keine urlaubsbilder keine privaten dateien sondern dateien die ihr fürs arbeiten braucht aber auch vielleicht nur ihr nicht euer team nicht euer vorgesetzter nur eure eigenen dateien in microsoft teams legen wir dann dateien ab die für unser team relevant sind damit wir dort auch vernünftig mit arbeiten können und an einem ziel arbeiten können und im sharepoint können wir da dateien ablegen die für das unternehmen relevant sind für unsere fachabteilung also die den nutzen von unserem team überschreiten die noch mehr leute nutzen sollen als nur die leute in unserem team das ist die grob übersicht wir gehen nochmal im weiteren verlauf dieses kurses genauer in das thema